Ein wunderschönen guten Tag. Ich darf das Kreiswahlbüro leiten. Da hat mich der Vorstand so gewählt und kurz vorstellen. Zur Entlastung des Vorstandes und des Kreiswahlbüros haben wir zusätzlich AGs eingerichtet bzw. wollen die einrichten. Dazu wollen wir um eure Mithilfe bitten. Es gibt einmal die AG Personal, die Daniel schon vorgestellt hat, die sich um die Personalauswahl kümmert und guckt, wen nehmen wir, wer möchte. Also kann man sich da auch bei Daniel und Andreas und Jana melden. Dann haben wir die AG Inhalt. Die kümmert sich ums Kommunalwahlprogramm und um alle Inhalte. Da brauchen wir auch Leute. Dazu sei gesagt, wir wollten in jeder AG tatsächlich auch Leute aus der Basis haben, die explizit nicht im Vorstand oder bei Abgeordneten arbeiten, damit wir auch wirklich euch mit einbeziehen und nicht nur unsere, ich formuliere jetzt noch so unsere abgehobenen Vorstellungen, was wir denken, was passt, mit reinnehmen. Dann haben wir die AG Öffentlichkeitsarbeit. Die kümmert sich, wie der Name sagt, um Öffentlichkeitsarbeit. Er stellt dann die Materialien. Da möchte andere den Vorsitz machen. Für alle AGs haben wir hinten Listen liegen bei dem Spendentisch. Da könnt ihr euch sehr gerne eintragen. Die Fristen sind kurz, wir haben sehr viel Arbeit vor uns und freuen uns auf Unterstützung. Wenn Fragen sind, immer gerne her damit. Im nächsten Jahr haben wir die Kommunalwahl, die Landtagswahl, die Europawahl und nicht zu vergessen, die Ortschaftsräte werden auch gewählt. Also wer da jemanden kennt, der sich gerne aufstellen lassen wollen würde oder selber gerne sich aufstellen lassen würde, auch das müssen wir im Blick behalten. Und da sind wir auf eure Zustimmung bzw. auf eure Unterstützung angewiesen. Dankeschön. Wenn ihr Fragen habt, melden wir euch einfach mal. Applaus 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 Applaus